Ah, hier ist euer Lücke auf der Gamescom 2012 mit dem schwarzen Magier-Mit. Hallo, wie noch mal in der Kostübe, wo auch bis es fertig war. So zwei bis drei Wochen. Das ist nicht schlecht, also ich denke, weil das sehr schnell ist. Das höchste und das höchste. Und wie gefällt es hier? Ja, ich glaube schon, ich lande hier, aber bis jetzt finde ich es toll. Das klingt doch schon mal gut. Gut, dann werden wir für euch noch nach weiteren Spielerinnen und B-Spieler Ausschau halten. Und sagen dann mal bis später. Ciao!